Viele Menschen wollen unangenehme Gefühle einfach nur loswerden. Ich sehe sie als Chance, tiefer mit mir selbst und anderen in Kontakt zu kommen. In dem Kurs der emotionale Rucksack endlich mit ungesunden Gefühlen aufräumen, begleite ich dich Schritt für Schritt in die Praxis der bewussten Entladung. Diese einfache und zugleich tiefgreifende Methode ermöglicht es dir, schwierige Gefühle nicht nur einfach wieder in deinen Rucksack zurückzustopfen, sondern sie wirklich zu fühlen und dadurch zu heilen. Dieser Kurs ist für dich, wenn du einen neuen Umgang mit emotional schwierigen Situationen suchst, wenn du es leid bist, dich immer wieder in den gleichen Schleifen zu finden oder wenn du die zugrunde liegende Dynamik von Problemen in deinen Beziehungen, von Süchten oder von chronischem Stress an der Wurzel packen möchtest. S.A.B.